Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Corona-Virus ist kein Fake, der uns zum Spaß zu Hause hält, es ist ernst, es geht um uns und unser Leben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wenn jeder von uns zu Hause bleibt, sich ganz allein die Zeit vertreibt, dann können wir die Krankheit auch besiegen. Es geht um dich, um mich, um uns, um jeden, den man schützen muss. Auch wenn die Zeiten schwer sind, bleib zu Hause. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Egal wie gut es dir auch geht, du weißt nicht, ob du's in dir trägst. Drum sei nicht dumm, wir dürfen nichts riskieren. Sei ein Held und gib nicht auf, sonst hört die Krankheit nie mehr auf. Das darf nicht sein, das darf niemals passieren. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Eines Tages wird's vorübergehen und uns wird's wieder besser gehen. Bis dahin müssen wir zusammenhalten und wenn wir uns dann wiedersehen, wird alles gleich nochmal so schön, einer für alle und alle für einen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 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 Vielen Dank.